Hallo liebe Leute, fight to the death. Wir sind Jimmy Jewel, Last Man Standing. Ich würde das Format Last Jimmy Jewel Standing nennen. Ich glaube das passt, oder? Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Ich habe hier eine Bison am Start. Ja, ich gehe gleich ein Haus weiter, weil ich habe ein Haus aufzuhalten. Ja, wobei, ich habe hier schon... Ich bin beschossen. Ich weiß, der ist rechts auf der Straße, mitten auf der Straße. Ich gehe hier in die Tankstelle rein und gucke, ob ich da was finde. Ich bleib kurz hier, weil ich höre hier was. Ja, aber du... Ja, aber sonst würde ich trotzdem... Pst, pst, pst. Die sind im Raum bei mir. Erster Kill, aber ich habe nicht mehr viel. Ja, heil dich. Ich habe gar nichts zum Heilen. Gut, das ist scheiße. Ich bin tot, weil... aus Gründen. Ah, One Shot, ey. Aus 82 Metern, wo ist der denn? Ich weiß wohl, dass er aber neben mir ist. Das ist natürlich super. Ja, ich habe euch keine Wartezeit. Nee, du konntest ja nichts machen. Ich kann vor allem wegknüppeln, funktioniert auch nicht, aber das ist gut. Wow, ich habe fünf Spieler outplayed. Ja, würde ich sagen, mein Lieber, dann macht doch mal einen Cut und wir sehen uns gleich weiter in der nächsten Folge. Alles klar. Hallo zusammen. Wir sind Jimmy Tule. Wir spielen Last Man Standing. Wir haben Panik, dass wir gleich angegriffen werden. Das ist doch der zweite Teil. Ja, 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 lasst mich doch überleiten, Jimmy. Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe eine Ozi. Wer den riesenlangen ersten Teil gesehen hat, weiß, ich war besonders gut. Wer es nicht gesehen hat, ja, aber weit danach, ne? Ich hatte... Nein, naja, gut, ich war ja auch kein Gegner in der Nähe. Ich hatte eine Beißen und der Gegner hat eine Ozi und ich habe verloren. So viel zu meines Wartezeit. Ja, das ist vorteilhaft. Erstmal alles aufheben hier nochmal. Ich möchte auch nur kommentieren. Blöde Kommentare sind mein Spezialgebiet. So, ich bin auch unbewaffnet. Äh, ja, warte, 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 kann ich die Waffen drohen? Äh, nein, immer noch nicht. Ach, Scheiße. Das letzte Mal auch nicht geklappt. Oder war da was mit Rechtsklick? Wir schweben auf dem Boden Ammo-Craves, krass. Also ich habe... Und ein Mill-Medikid. Ja, nehm das Ammo mehr auf. Dann lasst doch mal gucken, dass ich auch eins kriege irgendwann. Hier, hier, Belko. Das ist am nächsten dran, glaube ich. Hoffentlich ist das so. Ja, liebe Leute, wir sind halt echt scheiße. Warum sehe ich eigentlich deine Rüstung nicht? Weil ich keine Rüstung habe. Ah, interessant. Siehst du meine Rüstung? Ja, sehe ich blauer. Gut. Ich habe Angst gehabt, dass ich keine Rüstung habe. So, ich habe eine Pistole. Damit bin ich valuable, wa? Äh, ich höre Schritte. Das bin ich, glaube ich. Ich habe aber ziemlich laute Schritte gehört und dachte kurz, das wär's nicht du. Ich habe eine Grenade bekommen. Hier ist eine 900. Hier liegt eine Weste. Ja, nimm du die. Ne, ich habe eine. Und die MS4. Ich habe auch eine. Hier liegt noch ein großes Medikid, wenn du haben willst. Ich habe nämlich schon eins. Ja, lass liegen. Warte, ich komme runter. Wir brauchen immer noch eine Waffe für dich, wa? Ich habe eine MS4 bekommen. Ah, okay. Wo ist die? Hier, 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 Medikid. Und da ist die Weste. Ah. Da weißt du. Hey, aber es ist so ein 300er. Die habe ich da auch. So, ja gut, okay. Hast du nicht von 900 gesprochen? Ne, irgendwie. Gar nichts mehr. Ist ja scheiße. Hier oben ist eine Thor MK5. Hä? Ja. What the fuck? Die hast du eventuell übersehen. Ja, aber manchmal nicht. Ja, ne, aber die spawnen auch entweder weit oben. Oder, was auch manchmal sein kann, ist, dass du die einfach nicht sehen kannst. Äh, hallo? Hallo? Ja, ja, ja. Fuck! Ich bin down. Ich bin down. Ich komme hier nicht mehr raus. Ach, komm jetzt. Oh, das gibt's doch nicht. Ich nehme Medikid. Nein, nein, ich nehme Medikid, aber... Fuck! Wo haben wir uns denn darauf eingelassen? Ja, wir haben nicht drauf geachtet, ne? Ich bin tot. Ich auch. Ich bin tot. Das Medikid war zu lahm. Nimm meine Sachen auf. Scheiße, liebe Leute, sehr kurze Vor- Ja, ist klar, macht auch keinen Sinn. War eine sehr kurze Folge. Da sind wir wieder. Hat lang gedauert. Ich habe direkt eine Schrotplante bekommen. Läuft gar nicht mal so gut. Hier ist eine Rüstung. Okay. Ich habe eine Beißen. Hier ist nochmal Rüstung. Ich hebe einfach mal auf. Ein M-Scope. Dass die... Alles 300er? Ja, komm. Ich habe eine Schotty. Also von daher... Besser wie Nikis. Ich habe eine Beißen, aber wir sind echt am Arsch. Lass uns doch mal hier unten... Lass uns erstmal gucken, wo wir denn hier sind. Lass uns nicht in Richtung der Wand gehen. Also noch nicht. Wir brauchen Rüstung. Ja, wir holen uns das Ding und dann hauen wir ab. Ja, ja, natürlich. Aber wir müssen erstmal noch dahin, würde ich sagen. Man kann es sein, dass die Richtungspfeile Quatsch sind, weil wir bewegen uns von der Wand weg. Echt? Ja. Oh. Wir müssen eigentlich hier lang. Ja, stimmt. Gut, dass wir das nicht so... Schön, dass wir es geklärt haben. Ja. Ja, liebe Leute, da ist mein Standing. Also wir sind überlegen, ob wir dann nicht... Komm, hier ist ein großer Häuserblock, aber... Das schaffen wir sogar noch. Easy. Wir sind tatsächlich aber überlegen, ob wir sind nicht... Dockplayers. Lass uns da nicht hingehen, dann Leute. Ne, hab ich auch gerade gehört. Komm, dann... Wir gehen weiter... Das ist immer zu so einer Struktur da, Gell. Scheiß drauf. Ich weiß mal, was das ist. Diese Strukturen, das sind Erdbohrer. Ja, was machen die? Oder die fräsen irgendwie die Erde weg. Ja, und da siehst du so riesen... Riesengroße... Es strahlt so ein Laser in den Boden, da brennt das einfach ab. Reif ist ein bisschen tot. Ist da auch was in der Nähe, oder...? Ne, nicht, dass ich wüsste. Ich weiß noch nicht mehr, worum es in dem Spiel geht. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen und warum wir das machen. Aber wir sind auf dem Weg zu einem Häuser gedönst. Das kann uns gar nicht mal so schlecht kommen. Ja, nachdem hinter uns auch noch Leute sind, ne? Ja, aber da können wir zumindest... Ja, haben wir zumindest ein bisschen Deckung, als dass wir hier auf offenem Feld rumeiern, weißt du? Ich bin mal strikt gegen offene Felder, aber mit einer Schrotflinte kann ich auf die Distanz sowieso nichts machen. Ja, ich hab ne Beißen, also... Ja, wir sind beide gebissen. Oh, weird. Da ist ein Häuslein, da gehen wir direkt mal hin. Vielleicht sterben jetzt ja die, die dann, äh, ne? Ja, das wird der dritte Teil einer 15-Minuten-Folge und jeweils zwei Minuten pro Part oder so. 80 Fails. Kann dieses Spiel einfach nicht... 80 Fails a Minute. Ja, hier ist aber sehr viel Platz und Land, deswegen wäre ich hier vorsichtig. Und hier ist auch alles gelootet. Oder hier ist einfach nichts gespawnt, was ich mir nicht vorstellen kann. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann gehen wir doch mal ins Nachbarhaus. Ey, hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Am Auto. Hinter dem Auto ist einer gewesen. Warum schießt der denn schon wieder, Abo? Ja, weil der auf mich schießt. Ich geh mal näher ran, wenn ich es schaffe. Der ist ins Haus reingelaufen. Ja. Ja, dann haben wir zumindest aber vielleicht den Nachteil, dass wir alle sterben werden. Wahrscheinlich. Ähnlich. Er ist an der Tür. Ich geh von der anderen Seite rein. Bist du drin? Ja, aber der ist doch oben gerannt. Hinter dem Schild. Nein, der ist nicht hinter dem Schild. Der ist oben. Ich hab noch 24 HP, warte kurz. Geh weg, geh weg, such dir was im Hallen. Ich hab'n, ich hab'n Heal. Der hat noch keine vernünftige Waffe. Von draußen? Draußen. Nein, ich bin tot. Scheißdreck. Der hat noch 2, 30 Prozent, den draußen hat zu kriegen. Wenn ich ihn bekomme, bevor er mich bekommt? Ich hasse das Spiel. Oh ja. Hast du ihn? Nein, absolut nicht. Ich weiß nicht, wo der sich jetzt rumtummelt. Der war immer noch, bevor ich das letzte Mal hab' ich gesehen, war immer noch draußen, da, wo ich reingekommen bin. Auf dieser Terrasse. Ah, ich bin tot. Mal wieder gefailt, weil es einer vor mir hergerannt ist, der andere von der Seite. Schlecken kam. Liebe Leute, ich hab' keinen Bock mehr auf ne weitere Fail-Kompilation. Das war jetzt das offizielle Ende dieser Drecks-Acht-Folgen. Scheiße, ey. Ja, you outplayed nothing im Endeffekt. Okay, Leute. Äh, ja. Crap shit. Motherfuckers. Goodbye. Wir sind cool.